Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Augen auf, anzunehmen bei Bürgermeister Wiener Versehen in das Sturm St. Tal, an dieser Position. Ich bin hier in einem Gebäude, aber ich laufe gleich echt hinaus und zeige es euch. Ich darf nun sechs Mobs töten. Dazu laufe ich in dieses Gebiet hier. Und hier sind die gesuchten Mobs. Ich habe auch ein Quest Item bekommen, das kann die Mobs zum Einschläfer bringen und das setzt sie irgendwie zurück. Also, das Quest Item würde ich jetzt nicht empfehlen. Nutz es mal von der Weite. Ja, so hat es geklappt, aber an sich nicht besonders nützlich, finde ich. Euer Blut macht die Dornen groß und stark. Der Mob hat anscheinend nicht dazu gezählt. Habe ich vorher nicht darauf geachtet, aber dieser hier zählt sicher dazu. So, vier von sechs. Der Mob hier zählt wieder nicht dazu. Und der hier. Und der hier oben. Und damit hätte ich sechs Stück. Ich sehe deutsche Tornen. Und dann geht es weiter. Ich sehe mich sehr gut. Und dann geht es weiter. Ich sehe mich sehr gut. So, hier wendlang und hier diesen Hügel hoch, genau, da steht der Wabgrabe NPC. Nun folgen mir noch ein paar Mobs. Hätte ich jetzt. Waren doch jetzt schon einige Mobs, glaub 4 oder 5. So, Quest ist abzugeben bei Unteroffizier Calvin in das Sturmsanktal. An dieser Position. Hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao!